Central BCC an Adam Boyd Truck 1 auf Tech 2. U1, ich höre. U1, SWAT wird für Verhaftung gebraucht. Bewaffnete unter Mordverdacht. Detective 247 Adam bittet, dass Sie sich am Treffpunkt 1572 Norman Street, Restaurant Food Wall melden. Hauptverdächtiger wird wegen mehrerer Mordfälle gesucht und hat Beziehungen zum organisierten Verbrechen. Zweite Zielperson ist der Manipulation von Schusswaffen verdächtig und dürfte bewaffnet sein. Seien Sie vorsichtig. U1, verstanden. Okay, Jungs, gut zuhören. Die OCID hat viel Zeit auf diese Sache verwendet und bittet um unsere Hilfe bei einer Verhaftung. Während der letzten beiden Wochen wurde das Restaurant Food Wall streng überwacht. Wir glauben, dass der Besitzer, ein gewisser Lian Niu, der ein erfahrener Waffenbastler ist, mit illegalen modifizierten Waffen handelt. In diesem Fall geht es um speziell vergrößerte Magazine. Niu hat eine Wohnung über dem Restaurant und erledigt von dort aus seine Geschäfte. Er wurde bereits im Zusammenhang mit illegalen Waffen verhört, konnte aber nicht festgehalten werden. Vor zehn Minuten hat Officer Schiri gesehen, wie Alex Schiminis das Restaurant betrat. Alex Schiminis, auch bekannt als Das Messer, ist ein Auftragskiller mit Verbindungen nach Kolumbien. Er ist ein Hauptverdächtiger im Zusammenhang mit mehreren Mordfällen. Schiminis muss als bewaffnet und gefährlich eingestuft werden. Schiri glaubt, dass sich Schiminis gegenwärtig im Geschäft aufhält und eine Maschinenpistole Mac-10 umbauen lässt, die kürzlich für einen Mord benutzt wurde. Wir wollen das Beweismittel intakt, deshalb dürfen wir Schiminis und Niu nicht vorzeitig aufmerksam machen. Die Gäste und die Angestellten des Restaurants werden sich bei ihrem Eindringen im Gebäude aufhalten. Konzentrieren Sie sich auf das Ziel. Ihre oberste Priorität ist natürlich das Vermeiden jeglicher ziviler Verluste. Danach gilt es, die Waffe in Besitz von Schiminis zu sichern. Die OCID kann es kaum erwarten, Schiminis und Niu ausgiebig zu verhören und diese Waffe ist das einzige Mittel, mit dem die beiden zum Reden gebracht werden können. Sehen Sie sich die Grundrisse gut an. Planen Sie Ihr Eindringen und rüsten Sie sich aus. Planen Sie sich aus. Planen Sie Ihr Eindringen und rüsten Sie sich aus. Planen Sie sich aus. Markt auf und sichert. Sofort. Und los. Los. Warum hat das so lange gedauert? Polizei. Hände hoch. Raum gesichert. Platz mich hier raus. Sie diese Person kooperiert. Reynolds. Hier alles okay. Aus dem Weg, Boss. Holen Sie mich hier raus? Eindringteam an Tog. Zivilperson ist okay, bereit zur Evakuierung. Verstanden, dranbleiben. Ich hoffe, ihr seid nicht zu spät. Runter, Hände hoch. Ich stehe hier nur. Sie müssen sie aufhalten, ehe jemand getötet. Tog hier, Eindringteam. Zivilperson sicher, bereit zur Evakuierung. Verstanden, wir sind für Sie bereit. Öffnen und sicher. Los geht's. Und los, los. So weit, so gut. Los, vorwärts, Nachhut. Auf den Toten, sofort. Alles klar, alles klar. Verdammt, Sie haben vielleicht ein Herz. Zivilperson kooperiert. Leg die Fesseln an. Verstanden. Oh Mist. Hände hoch und auf den Toten. Polizei. Wir bringen Sie hier raus. Was zum Teufel ist hier los? Das ist unglaublich. Eindringteam an Tog. Verdächtige Person verhaftet. Abholung. Roger. Warten auf weitere Meldungen. Was zum Teufel ist hier los? Warum machten Sie das? Eindringteam an Tog. Sie will Person evakuierungsbereit. Roger. Nachhut in Bereitschaft. Tog hier einbringen, Team. Sie will Person sicher. Bereit zur Evakuierung. Verstanden. Wir sind für Sie bereit. Geht da rein. Los. Sofort. Ist abgeschlossen. Durchbrechen, Boss. Öffnen und sichern. Los, wenn ihr bereit seid. Benutze C2. Beide. Los, los, los! Zeit für den Einsatz. Keine sichtbaren Bedrohungen. Nachhut. In Position. Alles klar. Alles klar. Hando, runter! Sammeln und bereit machen. Komme zu Ihnen, Sir. Das ist unsere Waffe in Position. Torkier Eindringteam, Beweismittel gesichert. Geht da rein, los! Okay, bin dran. Wir gehen da rein, Jungs! Polizei, Kinder! Verdächtig, Kinder! Bin ich vielleicht verdächtig? Los, los! Stopp! Waffen fallen los! Los! Polizei, Polizei! Waffen fallen los! Unter! Polizei, Kinder hoch! Der Gegner, Vorsicht! Höflich in Position, alles klar! Bin ich vielleicht verdächtig? Polizei, Frau Kinder hoch! Versucht keine Mädchen! Verdächtige Person zur Verachtung bereit! Die Dächtung mit Karten! Torkier Eindringteam, Officer niedergeschossen, Reynolds verrundet! Verstanden! Reddächtig, Sanität, bereit! Schöner Anzug! Bleib ganz ruhig, du! Versucht diesen Klapp! Verstanden, bin dran! Bleib ganz ruhig, du! Es ist noch nicht vorbei! Sie haben hier einen, unsere Musterbürger! Will ihr keinen errichtige Person festnehmen? Die Dächtung mit Karten! 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 Wir kehren zum HQ zurück!